Heute zeige ich euch erstmal, wie man zum Beispiel in das Geheimmenü kommt, sowie das Hintergrundbild endet. So, deshalb gehen wir direkt jetzt mal schon zum Radio und ich zeige euch jetzt erstmal, wie ihr das Standard-Hintergrundbild gegen ein neues Hintergrundbild tauschen könnt. Am einfachsten ist das hier in dem Fall, entweder über eine SD-Karte oder einen USB-Stick die Bilddatei da drauf zu ziehen. Also in die Galerie. Funktioniert nämlich, ist halt Android, also funktioniert das recht einfach. Oder so wie ich das gemacht habe, ich habe mir meinen Gmail-Account hier drauf gemacht, habe mir selbst eine E-Mail mit dem Bild zugeschickt und konnte das Bild dann entsprechend aus meinem Account einfach runterladen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr hier ganz einfach übers Menü in die Galerie gehen und seht dann hier, jetzt habe ich das gerade schon geöffnet. Und nochmal zurück, zurück. Ganz einfach in die Galerie gehen, dann habt ihr hier diesen Download-Ordner, wo dann entsprechend Bilder drin sind, die ihr dann, sagen wir mal jetzt, über die E-Mail rübergeschickt habt. Oder eventuell über einen USB-Stick reingeschoben habt, könnt ihr dann hier einfach auswählen, ganz normal, hier rechts oben auf den drei Punkten, das Bild festlegen als Hintergrundbild. Und dann habt ihr das Foto als Hintergrundbild. Ganz einfach, jetzt zeige ich euch das nochmal, Galerie, einmal jetzt zurück, Bild auswählen, Bild festlegen, als Hintergrundbild. Fertig, ganz einfach, so. Was man hier noch ändern kann, ist zum Beispiel das Boot-Logo. Das heißt, wenn das Android-Radio komplett runtergefahren ist und neu startet, dafür müssen wir jedoch ins Geheimmenü rein, so gesehen, also ins Systemmenü. Da gehen wir deshalb einfach auf die Einstellungen, gehen dann auf Auto-Einstellungen, hier runter auf die Werkseinstellungen, setzen den Pin rein. Der Pin ist eigentlich bei allen Android-Radios gleich, 1, 2, 6. Fertig, OK. Und dann sind wir drin, können hier weitere Sachen einstellen, die man jetzt so über die normalen Einstellungen nicht reinbekommt. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt hier anfangen über die App, können wir hier verschiedene Sachen noch hinterlegen. Das heißt, wenn wir hier so ein Tire-Pressure-Monitoring-System dran haben, können wir das aktivieren. Oder eine DVB-T-Antenne, ich weiß gar nicht, ob das DVB-T2 unterstützt, wahrscheinlich nicht, ist aber auch halb so wild. Oder zum Beispiel HDMI. HDMI haben wir nicht angeschlossen, deswegen steht es auf No. Und gehen wir weiter auf K-Logo. Ganz einfach, hier sind mehrere vorgegeben. Ganz viele Logos, da kann man sich was Tolles aussuchen. In dem Fall wählen wir natürlich BMW aus. Zack, anwenden. Ach so, da bestätigt das gar nicht mal zurück. Auf jeden Fall einfach anwenden und damit hätten wir das schon geregelt. Gehen wir weiter. Was haben wir noch so an Einstellungsmöglichkeiten? Wir haben hier jetzt die Frequenzeinstellung fürs Radio. Ist voreingestellt auf Europa, wenn ihr das Ding hier kauft. Ich weiß nicht, wenn ihr es in China bestellt, ob es dann auch auf Europa steht. Keine Ahnung. In dem Fall aber ist es so. Können dann weitermachen. Können hier die Ton-Grundeinstellungen vornehmen. Das heißt, wenn Sachen wie Radio oder ihr so ein iPod oder so ein USB-Stick oder so dran habt, könnt ihr voreinstellen, wie laut dieses Ding halt starten soll. Wenn wir Canbus angeschlossen haben, wenn er sich Daten über Canbus rauszieht, können wir das hier auch noch mit einstellen. Hier müsste ich mal selber gucken. Da weiß ich gar nicht, was man hier machen kann. Oh, Taste eindrücken. Ne. Reset. Safe Exit. Achso, hier kann man, glaube ich, noch irgendwie die Tastenbelegung ändern. So wie es aussieht. Das werde ich jetzt nicht machen. Will ich gar nicht, weil das funktioniert alles super. Und gucken, was wir hier noch so haben. Wir haben hier noch ein paar Einstellungen, wo wir einstellen können, die Helligkeit beziehungsweise den Kontrast. Wir können einstellen, ob das Auto über eine Frontkamera verfügt oder beziehungsweise ob wir eine Kamera hier angeschlossen haben. Haben wir in dem Fall nicht. Wir können halt auch einstellen, wann er was machen soll. Das heißt, wenn ich aus dem Rückwärtsgang rausgehe, soll er auf die Frontkamera wechseln. Ist hier deaktiviert. Und es ist erlaubt, Apps zu installieren. Lenkrad Fernbedienung könnte benutzt werden. Panel LED Typ, RGB LED. Ah, und Panel LED Control by Headlight. Das heißt, wir haben ja hier eine Beleuchtung. Da können wir auch die Farben noch ändern. Und diese Beleuchtung reguliert sich in der Helligkeit mit dem Kombi-Instrument. Das heißt, wenn ich am Kombi-Instrument diesen Helligkeitsregler drehe, verändert sich hier auch die Helligkeit der Beleuchtung vom Radio. So, was haben wir hier noch? Ja, sonst eigentlich nichts Besonderes mehr. Wir haben jetzt auch hier keine weiteren Möglichkeiten. Deswegen gehen wir jetzt einfach wieder raus. So einfach war das. Das war auch das Geheimmenü. Und wie man jetzt einmal das Hintergrundbild bei diesem Radio ändert. Wir können jetzt einmal noch mal kurz durchgehen, was wir hier jetzt noch haben. Erweiterte Einstellung einmal kurz vielleicht. Achso, die Ausschaltverzögerung bei ausgeschalteter Zündung ist voreingestellt auf Autoschlaf. Das heißt, das Ding geht sofort aus. Was natürlich blöd manchmal ist, weil zum Beispiel habe ich das Problem aktuell gehabt mit Amazon Prime. Wenn ich über Amazon Prime, über Amazon Music Musik höre, dann zum Tanken an der Tankstelle anhalte, die Zündung ausmache, geht das Ding aus. Und startet dann nicht wieder neu mit Amazon Prime. Und meistens ist es dann so, dass ich das einmal schließen muss, wieder neu starten muss, weil er dann den Hotspot wiederfinden muss. Und hier könnte er das halt einstellen, wann er wirklich in den Schlafmodus geht. Bei mir sind es jetzt halt die fünf Minuten. Das reicht meistens zum Tanken oder Sonstiges, sodass halt die Verbindung zum Radio nicht sofort flöten geht. So, hier sind noch ein paar Einstellungen für die Rückfahrkamera. Haben wir jetzt in dem Fall ja nicht an. Und wie gesagt, hier haben wir noch ein paar Einstellungen. Also wir könnten jetzt Videos während der Fahrt schauen. Das kann man an und aus machen. So wie hier einstellen. Ach, nicht hier, sondern drüber. Benachrichtigungen, das heißt irgendwie Pop-Ups oder sowas. Dass keine Pop-Ups während der Fahrt angezeigt werden. Auch ganz wichtig, das lenkt sonst zu sehr ab, wenn wir das Teil als Hotspot beziehungsweise über Bluetooth mit dem Handy verbunden haben. So, das haben wir hier. Genau, hier können wir das Panel-Licht ändern. Ein paar voreingestellt, irgendwie auch Regenbogen. Und können hier nochmal manuell alles verändern. Und das sieht man jetzt nicht, wie einem jetzt zu hell ist. Deswegen kann ich euch das jetzt nicht zeigen. Aber wenn ihr so ein Ding habt, könnt ihr das gerne selbst mal ausprobieren. Wir könnten hier die Lenkrad-Fernbedienung anpassen. Funktioniert in dem Fall nicht, weil die Lenkrad-Fernbedienung nicht angeschlossen ist. Halb so wild. Können hier halt noch ein paar Sound-Einstellungen machen. Der Sound ist für ein Android-Radio recht passabel, muss ich sagen. Grundsätzlich kommt es aber immer darauf an, was man dahinter hängen hat. Hat man einen richtigen Verstärker dran? Was sind da für Boxen hinter? Aber was ich sagen muss ist, es ist definitiv besser als das Original-Radio. Das auf jeden Fall. Aber der Sound ist trotzdem nicht super. Also es müsste eigentlich ein Lautsprecher-Upgrade geben hier, damit wir einen richtig guten Sound rausbekommen. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier eine Navi-Einstellung. Also wir können hier die Standard-Navi-App auswählen. Das ist in dem Fall Maps auch. Können uns hier unsere GPS-Daten anzeigen lassen, wo wir uns gerade befinden. Navi-Musik, Navigationsüberwachung, Navi-App, ja, so Sachen halt. Dann haben wir hier noch die Fahreinstellungen. Genau, das hatten wir ja gerade schon. Ja, und dann sind wir hier bei den Einstellungen so eigentlich schon mal durch. Und haben hier noch so ein paar Kleinigkeiten, wo wir halt verschiedene Sachen einstellen können. WLAN, Hotspot habe ich natürlich hier eingestellt, sodass er automatisch immer verbunden ist. Ich habe jetzt das Telefon nicht dabei, deswegen hat er auch keine Verbindung. Ja, und so sieht das aus. Ich würde sagen, mit so einem personalisierten Hintergrundbild sieht das auf jeden Fall viel besser aus, weil das ist das, was man halt im Normalfall während der Fahrt die ganze Zeit sieht, solange man halt keine Apps aufhört.